Hi, ich bin Sarah Sonnebring, Teamlead Social Media und Influencer-Marketing bei Zooplus. Auf der O-Social in München, da soll es gehen um Communities. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren auf Social Media. Gemeinsam mit der Community wachsen, den Community-Mitgliedern Mehrwert bieten. Und doch, das Social in Social Media wird oft von Unternehmen unterschätzt. Deswegen schauen wir uns an, welches Mindset brauche ich eigentlich für erfolgreiche Communities? Wie baue ich eine Community erfolgreich auf? Wie bekomme ich dauerhaft Interaktion, Dialog und Konversation in meinen Communities hin? Und wie kann ich Erfolg nachweisen für mein Unternehmen, wenn ich nachhaltig in meine Community investiere? Wenn das für dich spannend klingt, besorg dir jetzt dein Ticket und ich freue mich, wenn wir uns in München auf der O-Social sehen.